Da kommt jemand, ne? Moritz, schieß den ab! Nämlich jetzt ist der Chaoten-Clan-Wars wieder am Start! Bau doch nicht ab, bau einen an der Seite und springen drüber! Nein, es kotzt mich einfach nur an, bau einen verbrotten dich! Bau noch links, bau noch links, bau noch links! Na, eigentlich nicht mehr. Das könnte ja unser... Ah! Okay, sie haben Bogen! Geh weg! Nein! Ja, ich weiß, wie du hast das Auge. Oh mein fucking Gott! Obi, warum kommst du mit dem Bow hier hoch, wenn wir schon einen haben? Unten Konterweg, unten Konterweg! Ja, ich seh's! Tim, Tim, gewöhnt ihr eins ab! Nach fünf Clan-Wars rumzuschreien wie Hitler im Zweiten Weltkrieg, bitte! Warum kommst du mit dem Bow hier rauf? Wir haben schon eine Bogen hier oben! Er springt gemeint! Ein richtiges Opfer! Scheiße! Oh! Oh! Schoni, wir machen nie wieder Clan-Wars, ne? Weißt du, beim Clan-Wars ist es jetzt so... Guck mal, du spawnst und kannst dich da nicht bewegen! Hab keinen Spitz-Tack... Digga, wir haben... Kommt! Kein Knockback! Jetzt weiß ich, warum die U-Core heißen! Weil die Core spielen und kein Knockback bekommen! Ey, ich hab's grad zu rief! Digga, hart, Alter! Ja, 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 das ist jetzt der Gang weglassen! Gut! Also, Moritz! Man muss sagen, schön, dass wir einen Bogen haben! Vielleicht sollte er dann auch zum Einsatz kommen! Ich meine ja nur... Dein Bogenredator kommt jemand, ne? Moritz! Schieß den ab! Das ist ja unmöglich, Alter! Jetzt kann dein Vertrag... Nein! Ich hab nur nur zwei Herzen! Der Helikopter-Landeplatte in VeriWars! Äh, warte... Was ist damit? Äh, 106! 106, okay, ähm... 1, 2... VeriVox.de! Vergleichen Sie jetzt Badwars Clan-Wars! 2, 2, 3... Das ist ja komplett großartig! Jupp, japp, japp... Dein Ender-Perlenschutz ist ja super! Ich sag mal so... Wenn man da oben auf dem Weg steht... Dann ist... Es ist ein bisschen problematisch, dass man... Jetzt Moritz! Ey, müssen die zu zweit in der Basecamp! Die Verfehlen! In der Verfehlen! Moritz! Lauf doch nicht durch! Das ist ja furchtbar! Nett! Ja genau. Totie. Ich hab einfach das war Der hat keinen noch weg, das habe ich gerade genau gesehen Alter ja Jens, wir haben es gerafft Er hat schon seit 15 Minuten keinen noch weg Was hast du für ein Glück, Alter, das ist ja unglaublich Hier liegt es hier in den Villager Ich brauche es ganz gold Ich brauche es gold, Digga So ausrasten zu mir Hast du einen Steckpack? Hört mir jemand zu Nein Also ich wollte mal fragen Was macht ihr, wenn die da Vollequipped in der Welt stehen und ich hier gerade Petrolliert werde, weil da so ein Was hast du gerade gesagt? Petrollieren Herr Duden, Alter Der hat sich doch auch die Wörter nur ausgedacht, Mann Oh lol, Bett Alter Wir sind tot Nein Jens Wir sind tot Oh oh Nein Wir sind tot Mach das schnell Was ist denn das? Guck mal Alter, guck mal was das hier für ein Energieschutz ist, Alter Das ist 50%ige Chance, dass du es dann nie schaffst, ne Ich hab wieder gefliegt Ich hab wieder gefliegt Vor allem Moritz, was willst du denn jetzt auch machen alleine? Also, mit Tobi Sterben Ja Tobi, ich stehe nicht Ich hab meine Enderfälle geworfen, los Herr Tobi ist auch noch am Leben Da kommt noch jemand zu uns, ne? Also zu euch Also zu, wo seid ihr? Ich hab meine Fee hier oben, guck ich bin geworfen Wenn ich bin gelandet Wo rennt denn dieser Vollidiot hin, Alter? Er rennt erst Ja, ich bin so schade Moritz, ich rennt nicht runter Ich hol jetzt ganz wieder Schaden und das ist die Stellung Er ist der Admiral des Hitzreifes Oh, die einzige, die hier angekommen ist Über dir schon den Tobi, Tobi Wir haben euch gelacht Ja, achso wir haben auch gelacht Ja, alles klar Ihr wart so einfach Aaaaaaah To rematch Ja Bis zum nächsten Mal.